Musik Entspannte Sauberkeitserziehung. Weg mit der Windel, her mit dem Töpfchen. Herzlich Willkommen. Mein Name ist Petra Engelsmann und als langjährige Erzieherin und Einrichtungsleitung darf ich Sie zu diesem Thema mit auf das Webinar nehmen. Am 15.06.2020 Entspannte Sauberkeitserziehung. Weg mit der Windel, her mit dem Töpfchen. Ich freue mich auf Sie. Am 15.06.2020